Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gaming News, ich bin Ritalin und ihr schaut wie bei Games for You. Beginnen wir mit den Veröffentlichungsterminen der kommenden Woche. Am Mittwoch kommt Infamous First Light, der erste Standalone DLC zum PS4 Infamous. Der Donnerstag wird amerikanisch, denn es erscheint Madden 15. Am Freitag wird es nostalgisch mit Metro Redux für die Next Gun Konsolen. Damit sind wir aber auch schon durch und widmen uns den eigentlichen Gaming News der vergangenen Woche. Es gab diese Woche einen ersten Blick auf den Multiplayer von Metal Gear Solid 5. Wie wir bereits wissen, gibt es eigene Basen im Spiel und man wird fremde Basen überfallen können und deren Equipment Rohstoffe und Männer klauen dürfen. Ubisoft hat bekannt gegeben, dass keines der Assassin's Creed Spiele dieses Jahr auf TVU kommen wird, denn Nintendo Spieler kaufen keine Assassin's Creed Teile. In zwei Tagen soll es eine schockierende Ankündigung zu einem neuen Projekt im Pokémon Universum geben. Laut Gerüchten soll am 26.08. ein Spiel namens Pikachu Detective angekündigt werden, in dem Pikachu Kriminalfälle lösen wird oder eine Rolle dabei spielen soll. FIFA 15 wird das erste Mal ein automatisiertes System gegen Cheater und Bots haben, bisher wurde manuell gegen solche Verstöße vorgegangen. Damit kommen wir aber bereits zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich bedanke mich für's Zusehen und sage ciao ciao, bis zum nächsten Mal.